Na komm du Schemper, weil CD lädt noch immer hinterher, Horrorketten, oh das sind, waren glaube ich sogar die stärksten Skelette die es im Spiel gibt, ihr nicht, ihr seid nicht die stärksten, bei denen ist glaube ich die, diese grünen sind das die stärksten, ich weiß noch nicht wie die heißen, jetzt haben wir schon so viele getötet, dass wir wissen, dass sie resistent gegen Magie sind. Und Level A, so, Magie wollte ich hören, 50 Magie, ich glaube danach mal die Geschicklichkeit, ich glaube wir haben das Problem, wir treffen momentan absolut gar nicht, so jetzt noch die andere Seite cleanen, will hier nicht auch noch einen anziehen, scheinen nicht, so jetzt kommt ein Horned Demon uns entgegen, Wir kommen lieber zu ihm, bevor er uns anstürmt, weil das macht richtig viel Schaden, so, kommt bestimmt gleich einer angestürmt, oh gut, hat mich nicht getroffen, und hier ist er gegen den Pfeiler gelaufen, sehr gut, komm, Ja, wir haben echt das Problem, dass wir echt nicht treffen, ich weiß nicht, ob das am Mönch liegt, weil ich hatte noch nie so Probleme, so jemanden, einen Gegner zu treffen, das ist Wahnsinn, der steht genau vor mir, wie kann ich den nicht treffen, das heißt wir müssen die Geschicklichkeit erhöhen, das war übrigens, was ich nie so erhöht habe, ich war immer so ein Geschicklichkeitsmobil, Geschicklichkeitsmobil, äh, Large Schild, wir können noch Sachen tragen, Okay, das Large Schild nehmen wir mit, Klo, äh, Klo, die Kloake auf jeden Fall nicht, Gibt nicht so viel, ähm, wir gucken, ob wir die andere Tür erstmal noch öffnen, weil da gibt es auch nochmal einen, einen Chest, und hier drinnen, hier sind ganz viele Skelette, Wie gesagt, das kann man ganz einfach, äh, kann man die sehr schnell erledigen, weil die sind, glaube ich, nicht so schlau, Ähm, oder doch, Na gut, dann mache ich die Tür wieder zu, Oh, nein, shit, der ist blockiert, Ich könnte die ganze Kammer natürlich in Flammen stecken, Das Problem an dem Horror-Captain ist, Die sind immun gegen Elektrizität, Also Elektrizität funktioniert bei denen nicht, So, jetzt öffnen wir den noch, So, jetzt kommen die ganzen Horrorskeletten raus, Ich habe es immer so gemacht, Einen nach dem anderen, aber das dauert nur ein bisschen zu lang, Und das Tolle am Mönch ist, dass der halt mehrere sofort angreifen kann, Ist also ein Vorteil bei uns, Aber die, Oder wir machen das so, Äh, ich stelle mich hin und mache Flammenwand bei den nächsten, Die da kommen, Immer Stück für Stück, Also habe ich auch gleich, Ach, das lief früher viel, viel besser, Also bei den Original, Diablo waren sie so dumm, Und, äh, Haben nicht gewartet, sondern direkt hin gerannt, So wie der jetzt gerade, Aber teilweise steckt es doch in ihren Knochen, Ihr wisst, dass ihr das wollt, Ihr wisst es, Kommt schon, Ihr wollt mich, Oh, das war dumm, Das war keine gut gesetzte Flammen, Mauer, Na gut, dann bleibe ich jetzt bei euch, Ich treffe die auch kaum, Das ist, Da, jetzt habe ich schon so viele getötet, Dass ich sehe, Immun gegen, Was stand da? Gegen Magie, Resistenz gegen Elektro, Okay, Gegen Magie waren sie immun, Aber es gibt auch wenig Fähigkeiten, Wo du Magie einsetzen kannst, Zum Beispiel, Telekinese wäre zum Beispiel Magie, Also, Kann Schaden machen, Macht aber nicht so viel Damage, Telekinese ist auch mehr so ein, So ein, Äh, Fähigkeit, Die nur wirklich nur für Items benutzt, So, ich gehe mal raus, Gott, Ne, das, Das tue ich mir nicht an, Ganz rausrennen, Und, Das ist der nächste Stein, Die nächste Falle, Oh, Das sind schon fast alle, So, Und Donau, Oh, Das sind viele Sachen hier, So, Hier ist noch, Hier ist auch noch Geld, Und hier liegt ein, Morningstar, Ne, Den brauche ich nicht, Hier rechts ist auch noch Geld gelandet, So, Jetzt mache ich erstmal die platt hier, Muss ich nochmal vorne Demons abledigen, Bestimmt anstürmen, Er wird sowas von anstürmen, Oder? Ne, Er schrumpft nicht an, So, Bevor die nächsten, Mache ich dann glaube ich mit dem Guardian Zauber fertig, Das lädt, CD, Aua, I can't know it, Okay, Na, Komm her, So, Damit haben wir die Schembo-Krone erledigt, Ist ja im Grunde schon erfüllt, Und wir haben einen neuen Zauber bekommen, Hier, Guardian, Den Wächter, Den Drachen, Den wir gerade gesehen haben, Können wir jetzt selbst beschwören, Wenn wir genug Magie haben, Wenn wir genug Mana haben, Kostet 37 Mana, Und wir haben, Insgesamt, 89, Also, Wir können ihn, Zweimal, Aufrufen, Mit ein bisschen mehr Erhöhung, Können wir sogar noch ein drittes Mal aufrufen, So, Hier waren gar keine Rohroskelete drin, Echt? Oder sind die jetzt verschwunden? So, Maze, Longstuff, Stuff of Surgeon wieder, Och, Longbowl, Nicht Longstuff, Und eine Maze, Und jetzt lohnt es sich auch mal wirklich zurück zu gehen, Denn jetzt sind wir voll, Mit dem Inventar, Und ich würde sagen, Wir nehmen ein Taubenportal, Weil wir es beschwören können, Weil wir es einfach können, Erstmal Kehlen umgefahren, So, 10 zu Stärke erhöht der Helm, Interessant, 13 Geschicklichkeit, Hier kriegen wir mehr Stärke dazu, Weil ein Schild benutzt, Mähmlich, Und das Stuff of Surge, Shurge, Erhöht den, Heavy Stuff of Surge, Erhöht den Damage um 57%, 8 zu 16, Leck mich doch an, Und die Maze of Power, Ist der Start schon wieder besser, Als mein Alter, 5 zu 10, 8 zu 16, Und sie, Aber der hat 72 Damage%, Und der hat, 47% Damage, Gucken wir mal, 18 zu 31, Der ist definitiv besser, Das kann doch nicht sein, Das ist ja Wahnsinn, Sorry, Geht's heute? Lass mich das sehen, Aye, Aye, Es ist so, Wie ich glaubte, Gib mir einen Moment, Wow, Was kann ich für dich tun? Bram, 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 Ja, Der Erforscher war's, Glaub ich nicht, Muradin, Das war Bram, So, Äh, Den Helm, Achso, Den Helm, Hm, Wie nochmal, Erstmal jetzt, Blade, Die Maze, Shield, So, 10 Stärke, Alle Attributen 2, Hitpoints und Mana werden erhöht, Aber keine Amoklasse, Hier hab ich eine Amoklasse von 5, Und krieg noch 10 Stärke dazu, Wär mehr Damage für mich, Würde aber alles andere reduzieren, Also, Ich würde ein bisschen weniger Mana haben, Weniger am Leben, Und ich würde ein bisschen Hit verlieren, Aber ich krieg, Wie gesagt, Damage dazu, Ach, Was soll's, Ich muss den Helm loswerden, Der ist, Der ist für Magier, Der ist für Magier, Der Halle Kinsch, Halle Kinsch, Achso, Warte mal, Ich kann das, Äh, Blacksmith Öl, Brauch ich auch nicht, Weil, Wenn ich hier mal reparieren gebe, Dann brauche ich nicht, Äh, Sowas zu machen, Dieses Öl zu verwenden, Und ich hab einen neuen Ring bekommen, Den ich wieder, Identifizieren muss, Ich bin eigentlich, Da erst recht willst, Wir haben schon über 10.000, 10.000 Gold, Habe dir, 10.000 Gold, Außerdem, Stuff muss ich bei Adria verkaufen, Rune of Lightning, Hä? A greater Rune of Lightning, Das ist schon mal ein bisschen stärker, Und man braucht auf jeden Fall Magiekenntnisse, Um diese Pfeilen zu setzen, Allen Attributen 2, Lichtradius, Und, äh, Absorbiert den Hälften, Das schadenste von Fallen, Was jetzt nicht unbedingt wichtig ist, Finde ich, Fast Hit Recovery, Also, ähm, Wenn wir getroffen werden, Dann sind wir, Ich glaube, Wenn wir getroffen werden, Haben, Sind wir schneller wieder, Bei Sinnen oder so, Ne? Weil, Man wird ja kurz ausgenockt, Wenn man getroffen wird, Alle Resistenz 10%, Hinfalls erhöht, Hier 8 zur Magie, Ich würde sagen, Wir können auch auf die Magie kurz verzichten, Und setzen lieber auf alles, Weil so würden wir unsere Lebenspunkte wieder dazu bekommen, Und auch die Trefferwertung, Weil so viel zaubern, Tun wir zwar, Nicht unbedingt, Wir brauchen das zwar, Zaubern ist wichtig, Ja, Aber, Ne, Ich setze in meiste Zeit den Stab ein, Also, Ich gehe mehr an den Nahkampf, Das andere ist nur so notgedrungen, Da kann ich nämlich auch, Kann ich auch auf den verzichten, Oh, Das darf geben, 2177 Gold, Sehr schön, Ach, Was soll's hier, Holen wir uns auch noch eine Potion, Und wir gucken mal, Greater Wind of Lightning, Oh, Full Healing gibt's hier auch, Ne, Ich bin im Cell drin, Ich habe einen kleinen Mana-Trank verkauft, Ich, Dödel, Warte mal, Kann ich sie ja, Anweisig, Scroll of Flashback, Phasing, Äh, Taumpotter kann man auch verkaufen, Lightning, Infravision, Lightning, Ohne, Potion of Healing, Ja, Weg damit, Weil wir können uns bei Pippin gleich heilen, So, Und jetzt gucken wir uns hier mal durch, Book of Chain Lightning, 11.000, Und ich brauche 54 Magie, Phasing kann ich mir jetzt leisen, Leisen, Phasing kann ich mir leisen, Und Chain Lightning ist richtig stark, Also erstmal, Der ist stärker, Und, Äh, Du schießt in mehrere Richtungen, Also richtiger Kettenblitz, So, Ach, Phasing war hier auf der Seite, Hier hat mir noch, Fehlt mir noch was, Was fehlt denn da? Hä? Ich dachte, Das wäre mal Phasing gewesen, Phasing ist hier hinten jetzt, Hier kommt ja auch noch was dazu, Hm, Auf jeden Fall wird es immer mehr hier, Äh, Wir gehen auf Heilung, Und dann gehen wir zu Pippin, Muss ich sagen, Heilen wir uns mal ein bisschen, Und weiter geht's, Keine Müdigkeit vorscheuen, Wir wollen zu Diablo, Wir wollen neue Quests erledigen, Aber wir müssen immer wieder ein Auge auf das Ganze hier halten, Weil, Ich glaube, Man kann jetzt zwischenzeitlich noch eine Quest annehmen, Also der hier, Da oben, Der sagt ja, Wir sollen fertig werden mit Diablo und der Kirche, Aber ich gucke mich hier ja noch ein bisschen um, Wie ist das passiert, Ach genau, Hier kommt man auch hin, Hier wird später auch ein Dungeon verfügbar sein, Das konnte man früher auch nicht, Hier hinten lang gehen, Ist dann auch ein Dungeon, Ich weiß noch nicht, Wie man das öffnet, Ah, Der Tod ist weg, Weil ich den Butcher erledigt habe, War das immer so? Ich weiß nicht, Gar nicht, Na, Schauen wir mal, So, Hier hinten war der Junge, Der Wirt, Der mich immer abzieht, Psst, Over here, So, Mal sehen, Was hat er denn, Ja, Das hat er gerade angeboten, Also der hat verdammt hohe Reise, Hat aber dafür sehr seltene und starke Items, Immer zufällig, Kann man mal vorbeischauen, Ich muss aber zugegeben, Ich habe bis jetzt nur einmal was gekauft bei ihm, Und dann habe ich es irgendwann wieder ausgetauscht, So richtig, Also die meisten Spieler mögen ihn ja nicht, Weil er kann gute Sachen haben, Aber er verlangt viel zu viel, So, Und, Ähm, Der, Der Formel, Ja, Der hatte auch nichts, Dann würde ich sagen, Machen wir weiter, Hier gibt es nichts mehr, Oder wollte ich noch mal bei Premium gucken, Was kann ich für dich tun, Bei Premium, Ähm, Oh, Müll hier, The Ring of the Eagle, Change to Hit wird hier erhöht, Und die Lebenspunkte, 17.000, Natürlich, Ich fühle mich schon, Als wäre ich hier im Endcontent hier, Ist aber noch gar nicht, Sind wir noch gar nicht, Nicht mal ansatzweise, Das Gute an Diablo war immer, Du konntest immer trainieren, Und die Large Axe gibt eigentlich auch ein bisschen, Ach, Wir, Wir verkaufen nur mal magische Waffen, Ich glaube, Das gibt mehr Geld, Das lohnt sich, Als wenn wir hier immer mit vollem Inventar, Jedes Mal zurück müssen, Ich habe damals immer alles eingesammelt und verkauft, Kann man machen, Ist jetzt aber nicht, Obwohl, Sollte ich vielleicht machen, Weil, Die meisten Items, Die verschwinden ja nicht, Die bleiben ja in den Leveln, Es gibt ja nur eine Möglichkeit, Dass ich das Spiel nochmal neu starte, Mit diesen, Mit diesen Statuswerten, Guck mal, Die haben 17 zu 25, Die sind jetzt für mich eigentlich auch schon worden, Alter, So, Warte mal, Ich hole mir die, Die, Zündenböcke, So, Diese Bogenschützen, Diese verdammten Bogenschützen, Oh, Und jetzt teilen sie sich auch noch auf, Oh, Guck mal, Da ist ein Dings dabei, Eine Maler, Oder, So, Ja, Hier sind die, Flash, Pläne, Komm schon, Lass sogar das Gold nebenbei liegen, Weil mir einfach diese Typen so, Auf die Eier gehen, So, Nein, Siehste, Dadurch, Dass wir sie nicht treffen, Ist die Chance höher, Dass sie halt abhauen, So, Was haben wir hier noch, Geld, Geld ist immer gut, Und hier haben wir was drinnen, Soll ich mich heilen, Ich hab den Ring nicht verkauft, Übrigens, Oh, Eine Fontäne, Und ein Potion of Healing, Jetzt kommt die Potion of Healing, Warum geh ich noch extra links, Neben ihm, Damit er rennen kann, Gib ihm sogar die Chance, Zum fliehen, Also wir könnten, Wie gesagt, Schon längst Level 7 besuchen, Aber, Auch, Sublime ist auch ziemlich hart, Also das erste Mal, Weiß ich noch, Hat es mich, Musste ich, Ich glaube, Das Spiel irgendwie, Ich weiß nicht, Wie ich das damals gelöst habe, Aber ich, Hat das Problem gemacht, Ich hab die Hall of Blind unterschätzt, Und dann kamen mir die ganzen Gegner, Weil da gibt es ja diese ganzen unsichtbaren Gegner wieder, Die höchste Form, Ich weiß gar nicht, Wie sie sich, Äh, Night Brawlers, Oder so, Keine Ahnung, Wie sie heißen, So, Fountain of Tears, Weiß ich auch nicht, Was es macht, Okay, Gucken wir mal, Und, Meine Stärke wurde erhöht, Aber meine Dexterity ging runter, Ach, Das ist doch scheiße, Also wir müssen auf jeden Fall die Geschicklichkeit erhöhen, Es geht nicht mehr so weiter, Die Racks sind zwar magisch, Aber, Das sind Racks, Die geben nicht sehr viel Geld, Also höchstens vielleicht 100 Gold, Aber ich kann doch Pech haben, Und die haben nachher wieder schlechte Werte, Einen schlechten Effekt, Und geben mich am Ende nur ein Gold, Ist ja übrigens nett, Dass man wenigstens ein Gold kriegt, Griswold könnte bei so schlechten Items auch sagen, Du musst mir Geld geben, Damit ich es dir abnehme, Ja, Aber vielleicht nehmen wir auch alles mit irgendwann mal, Aber Geldknappheit hatte ich noch nie, Ich hatte immer meistens am Ende, Am Int, Int Content, Wie man es so schön sagt, Hatte ich immer so viel Gold gehabt, Dass ich kaum Items sammeln konnte, Ich habe ja sogar die einzigartigen Items damals aufgerufen, Und behalten, Weil sie halt einzigartig waren, Jetzt mittlerweile kennt man sie einfach, Zum Beispiel die Butcher-Axt, Ich habe die noch nie, Also ich habe sie mal versucht, Zu verwenden, Es hört nicht auf, Mit diesen bösen Rumpfschützen, Oh, Fick dich doch, Ich muss doch nicht hier, So, Dich noch, Ich will nur mein Level abmal machen, Pass auf, Der macht nachher die Tür auf, Ich raste aus, Ich schmeiße gleich den Stuhl, Das sind ja noch mehr, Ich will doch nur fern, Oh, Buch, Ich habe ein Buch eingesammelt, Also die treiben mich immer mehr, In weitere Gegner rein, So, Na, Ich komme, Warte, Die Resistenz und Feuer, Weil sie im Feuer-Clan sind, Das ist echt überraschend, Sind das alle jetzt hier? Ich kann die aber auch locken, Diese Feige ist eigentlich schlau, Dass sie das so machen, Das sind, Skelete zum Beispiel rennen nicht immer weg, Aber die sind wirklich schlau, Weil sie wissen, Wenn sie sich nahe herkommen, Haben sie keine Chance mehr, Dexterity auf jeden Fall höhen, 68%, Wir müssen auf jeden Fall auf 100% kommen, Fireball nochmal, Okay, Mal sehen, Was mich hier drinnen erwartet, Noch mehr, Wir sind so dumm, Es ist halt so bescheuert, Es gibt Erfahrung, Es gibt Erfahrung von jeden Toten hier, Ah, Sind noch mehr drinnen? Ja, Soll ich auf Lightning bleiben? Was haben wir denn alles eingesammelt? Potion, Searchen, Ja, Natürlich ist es Search, So, Goldschrine, Das hatten wir schon mal, Irgendwas hat das, Irgendwas hat das gemacht, 69% Hit, Also Dexterity, Hä, Wir haben mehr Dexterity bekommen, Wir haben mehr Geschicklichkeit bekommen, Wir sind bei 69%, 69% übrigens, Äh, 36%, Wir haben vorher 30%, Ne, Vorher hatten wir 29%, Haben dann auf 34% erhöht, Und sind jetzt auf 36%, Also wir haben zwei Punkte in Geschicklichkeit dazu bekommen, Wir sind sehr gut dran, So, Jetzt müssen wir noch, Es so weit erhöhen, Dass wir einen bestimmten Prozentsatz haben, Dass wir auch immer treffen, Weil sonst macht das alles immer keinen Sinn, Aber weißt du was, Ich glaube, Ich nehme die Axt mit, Und wenn hier ein besserer Gegenstand kommt, Dann schmeiße ich es wieder raus, Dass wir hier immer schön, Platz haben, Oh, Hi, Und jetzt treffen wir auch viel besser, Also der rennt zwar jetzt weg, Aber, Ja, Jetzt muss ich zweimal zuschlagen, Das ist nicht schlimm, Aber später wird das wichtig sein, Weil die Gegner werden stärker, Und je stärker sie sind, Umso mehr Hit brauche ich, Das muss immer ausgeglichen sein, Gerade, Gerade bei Bogenschützenklassen, War das ja Pflicht, Small Axe, Jetzt haben wir schon wieder die nächste Axt ein, Gibt alles schön Gold, Okay, Dann haben wir jetzt hier noch einen Abschnitt, Einen kleinen, Denke ich mal, Und dann sind wir mit Level 6 auch fertig, Dann geht es ab nach Level 7, Nicht mal lange dauert es, Und wir sind, In der Hölle, Hier ist nichts, Gut, Dann nehmen wir die Maze auch noch mit, Weil, Wir haben ja sowieso nichts im Inventar, Hier ist noch ein bisschen Geld, Habe ich liegen gelassen, Tut mir leid, Jetzt können wir, Dieses Level verlassen, Ja, Ja, So ist das, Ich weiß gar nicht, Ich konnte mal schneller laufen, Level 7, Und es sind die Stone Clans, Sind aber immer noch nicht die stärksten, Auf jeden Fall parieren wir sie sehr gut aus, Aber sie benötigen, Oh, Hi, Was ist denn mit dieser verdammten Tür, Fireclan, Hä, Fireclan habe ich, Achso, Ich habe noch, Vom Fireclan noch keine Nahkampfgesicht, Wow, Äh, Äh, Heilung, 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 Und wir haben diese, Kimmel hier, Wie heißen sie, Also immer das ist die stärkste, Kleine Mini Gargoyle, Äh, Monster Art, Die stärksten, Erstens, Können sich, Die Teleportieren können sich, Glaube ich nicht, Aber sie können halt mit Blitz angreifen, Was sie relativ nervig macht, Aber hier haben wir von den Fireclan, Da hinten lag irgendwas, Glaube ich, So, Was haben wir denn hier, Oh, Noch mehr von den Viechern, Die Blumen waren, Glaube ich, Die erste Form, Blink gibt es von denen, Aber man kann es, Aber ich kann es natürlich nicht nachgucken, Was ist alles von den Viechern, So, Oh, Warte mal, Das war verschwendet, Hier kann ich mein Mana auffüllen, Das heißt, Ich kann mich hier heilen, Das ist eigentlich praktisch, So ein Mana schreien in der Nähe, Jetzt könnte ich zum Beispiel, Alles mögliche einsetzen, Um zu zeigen, Was das macht, Aber ich glaube, Wir werden mal, So eine Falle ausprobieren, So eine Magiefalle, Ich habe die noch, Auch noch nie verwendet, Also ich habe sie einmal, Als Test verwendet, Ja, Aber, Das habt ihr vielleicht, Noch nicht gesehen, Oh, Da, Highclan, Stärksten, Also hier sind alle Clans da, Vielleicht zufallen, Oh, Die kesseln mich ein, Ja, Die hier machen wirklich Damage, So viele Sacktüren, Blacksmith, Öl, Seht eigentlich unser Stab aus, 12 von 12 Charges, 68 zu 65, Äh, 75, So, 75 wieder aufgefüllt, Spare ich mir ein bisschen Gold, Ob ich jetzt, Äh, Die Reparaturkosten zahle, Oder, Wow, Oder lieber, Äh, Das Öl verkaufe, Ich glaube, Das Öl, Gibt mir nicht so viel zurück, Wie die Reparatur, Am Ende kostet, Du bald blutbeschmierte Wände, Was habt ihr hier gemacht, Solange ich hier weg war, Ich glaube, Ich würde es gar nicht wissen, Jetzt ist jetzt, Jetzt bin ich nur gespannt, Kommen jetzt hier Hall of the Blind, Wahrscheinlich nicht, So, Smart Chest, Warte mal, Hier ist auch noch ein Räumchen, Ein Räumchen wäre ein Träumchen, Oh, Hi Clan, Willst du mich nicht immer, Dass sie mich auch nicht so vortreffen, Wann ich heile mich mal, Ich habe schon länger nicht mehr gespeichert, Also, Safen sollte man öfters, Gerade weil, Wenn du stirbst, Ist vorbei, Nicht identifiziert, Hey, Okay, Ich habe ja natürlich kein Identify, Oder, Ne, Level 8, Level 8 war immer so, Ja, Es war schon ein ziemlich krasses Level, Level 9, 10, 10 war glaube ich schon die Hölle, Oder war es Level 9, Ich glaube 10 war die Hölle, Ich glaube, Ich habe jetzt noch ein Herbst Diablo gespielt, Aber, Alter, Übertreib, Heilung, Also, Wenn ich jetzt so weitermache, Bekriege ich vielleicht noch ein Level ab, Ich glaube, Ich habe die Gegner, Ich habe gleich, Normalerweise erwarte ich immer an diesen Leveln schon, Diese, Splitter, Splitter, Diese, Keitschild, Hm, Ich war mir denn im Vendantar, Wir könnten es doch tragen, Wow, Die können anstürmen, Wann können die denn das, Ja, Die warten auf mich, Warte mal, Wo ist denn der Stein, Da, Gun of Fire, Wow, Sofort ist die Falle auch ausgelöst worden, Ist ja mal geil, Aber gut, Vor allem kann ich schon Vortrag, Vor allem, Deswegen gehen wir doch so viel Geld, Ich glaube, Gegen so ein bisschen war das jetzt nicht schlecht, So, Oh, Beide erledigt, Und eine Ringmail bekommen, Eine Mail haben wir bekommen, Eine E-Mail, Ne, Das war eine Ringmail, Ringmail, Das ist der Bruder von E-Mail, Tut mir leid, Level 7, Level 7, Ich überlege gerade, Ach, Level 8 war das mit dem Magier, Level 8, Short Battle Bow, Ich glaube, Der würde mehr geben, Als, Die Axt, Large Axt, Nehmen wir mal den hier, Den Short Battle Bow, Können wir nicht benutzen, War ja zu wenig Geschicklichkeit, Und hier liegt noch, Ein Kite Schild, Genau, Nehmen wir auch nicht mit, Brauchen wir nicht, Weil wir haben noch kaum, Wir haben ja gar keine Tränke bisher, Richtig versemmelt, Das zurückgehen, Lohnt sich noch gar nicht, Das meiste haben wir gefunden, So, Hier haben wir wieder welche, Wir haben schon, 34 Kill, Oh, Resistenz, Wir haben ihn, So, Was habt ihr, Jetzt kann ich auch den, Bei den, Den Clans, Bei den, Genug sehen, Was sie können, Na, So, Das geklickte hier, Wir brauchen definitiv, Definitiv mehr Hit, Oh, Nein, Ich lasse mich nicht einkässe, Gut gehandelt, Gut gehandelt, Gut gehandelt, Alle stabil, So, Mein Klickfinger, Flasher, Storncross, Der Steinflug, Hab ich auch noch nie, So richtig verwendet, Im Spiel, Mit so vielen Sachen, Die man machen kann, Es ist so schön, Dass man hier wirklich, Die freie Entscheidung hat, Man kriegt hier eine Palette an Fähigkeiten, Und dann sieht zu, Wie du es machst, Das ist glaube ich das, Was mich hier und Diablo, Immer so fasziniert hat, Oh, Jetzt habe ich nicht geguckt, Resistenz gegen Magie, Das waren die alle, So ein bisschen, Aua, Okay, Also nur die, Reicht aber schon, Ich glaube, Nur mit dem Stab, Trifft dann mehrere Richtungen, Denk, Na, Und, Ein neuer Schrein, Ich lasse mal, Lebenspunkte unten, Magical, Ein Schrein, Auf jeden Fall, Wirft meine, Mein, Äh, Komplettes Inventar, Mit Gold, Deswegen nehme ich mal, Was weg, Und schau mal, Ob was sich jetzt, An meinen Werten verändert, Ah nein, Es war nur Mana Schild, Es war nur Mana Schild, Es geht, Ähm, Jeder Hit, Auf mein Mana, Statt auf, Die Lebenspunkte, Äh, Das benutzen ja, Speedrunner zum Beispiel, Also wenn, Es gibt ja Speedrunner, Die auch Diablo spielen, Äh, Ich hatte mal nur mal Einen gesehen, Aber, Äh, Der war, Der war irgendwie mit Seeds, Weil der konnte, Vier oder fünf Ebenen, War der Ausgang, Genau, Neben ihnen, Und, Das war auf jeden Fall, Mit Seeds gewesen, Das hat man gesehen, Weil das war, Sehr, Sehr, sehr zufällig, Genau den richtigen Moment zu abfassen, Böse, Ich bin schon fertig hier, Hall of the Blind, Ist nicht da, Level sechs, Wir gehen, Level sieben, Äh, Level acht, So, Dann sind wir schon eins weiter, Ja, Und der hat jedenfalls, Äh, Mana und so verwendet, Und, Äh, Ist gleich runter, An die höheren Ebenen, Kann man ja machen, Äh,